Das war ja echt ein beschissenes Labyrinth. Das Labyrinth war ja mal kack. Das war richtig behindert. Also wenn ich in eine... Welche Richtung? Pflanze. Ah, hier. Ja, ja. Blume. Na, der Krasel kommt als nächstes. Komm, nur noch mal gucken, wie es ist. Wenn es cool ist, können wir es ja noch machen. Das wird genauso sein wie es andere. Oder auch nicht. Der Spielmodus wurde geändert. Alter, was kann der eigentlich denn bei Pasteller? Ganz im Ernst, also ich... Ich, also... Ich habe zwar... Gut, ich habe auch schon mal eine Adventure-Map gemacht und so, aber... Wenn ich denn mit Command-Blöcken arbeite... Das ist nicht schwer. Dann teste ich doch, ob das funktioniert. Ja, klar. Oder egal, was ich mache. Aber wenn ich nicht damit arbeite, dann teste ich doch, ob es funktioniert. Alter, hat er... Warte. Warte. Hat der da jetzt so eine Schaltung drunter? Ich will wissen, was er da reingeschrieben hat. GAMEMOD 2! Misthaft? Dahinter? Effekt 0. Dahinter? TP. L.A. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie so Command-Locke funktionieren. Ich habe es schon mal ausprobiert, aber... Ne, ich kenne mich damit absolut nicht aus. Funktion... Jetzt hast du meinen GAMEMOD geändert. Scheiße, ich habe mich selber geändert. Na gut, dann können wir die Challenge wohl nicht machen, weil wir wissen nicht, wo wir hin müssen. Naja, wir könnten übrigens nicht rumfliegen, aber es bringt auch nichts. Ne, echt? Da sind ja viel zu viele Challenges. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein netter. Ja, dann müssen wir jetzt hier weitermachen. Aha. Okay. Have a nice break from parkour, simple task, escape from school. Oh, kein Parkour. Oh, dann machen wir das jetzt noch. Oh, okay. Ja, wir sind ja in der Turnhalle, ja, von der Schule. Warum Punkt... Punkt 0 1? Hä, was? 101? Na, da, 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 der, der Counter. 99 zu 1. Was ist das? Oversized Pencil... Scha... 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 Was ist denn Pencil-Scharpen? Wirst du das kennen? Spitze? Warum ist da eine Spitze? Weiß ich nicht. Oh, hier ist eine Druckplatte. Da hinten ist was. Loll, wieso flie... Loll! Guck mal, wie hoch wir springen können! Oh, guck mal! Druckplatte! Druckplatte! Woah! Fuck! Ey, da kann man vielleicht da hoch... Ja, kann man auch. Äh! Oh, fuck! Dagegen gesprungen! Guck mal, guck mal, guck mal! Ah, nein! Das war knapp! Loll! Ey, ich war doch oben! Loll! Was ist das da? Warte, wir müssen da rein drücken! Oh, hier ist ein... Ach ne, hier kam der raus! Huch! Alter! Ey! Nochmal! Warte, sind da Volleyballe? Wolleballe! Warte, sind da Volleyballe? Open, Open Shot! Huch! Huch! Sind da irgendwie Bälle? Dann musst du die wahrscheinlich da reinwerfen! Ne! Alter! Huch! Alter! Warum? Voll geil! Also, da steht zwar Volleyballe, aber wir sind keine! Aber da muss doch irgendetwas ein, äh... ein... Ding... noch drin! Äh... Darum halt nur die Schlüssel rein tut! Ja, aber da... Da sind Richter, aber da ist nichts drin! Ja! Ja, wo bist denn du? Ja! Da hinten! Hm... Lass mal weiter gucken! Mini, Mini-Golf-Kurs! Mini-Golf-Kurs! Voll geil! Ah, stimmt! Mini-Golf-Kurs! Wir müssen auch... Och, nee! Oh, sorry! Oh, Alter! Ich bin noch Tastatur mit meiner Maus hängen geblieben, mein Gott! Aha, und jetzt? Was bringt dich leider? Na, warte! Ach, da! Oh, das kann ich doch nicht! Na, helfe ich dir! Und? Ist da was? Obvious! Dodgeball Sports! Aha! Kommt da... Kannst du da was holen oder so? Kommst du irgendwie weiter jetzt da? Oder ist da vielleicht besser? Na, ne, da ist nichts mehr! Ja, wo soll man das denn alles hinkriegen? Ah, na, na, na! Was haben wir hier? Get the balls from the supply, close it below. I think each ball in it. Oh! Be careful which is putting a ball in the wrong hole will make the level unbeatable. So don't do it. Aha, hier sind die ganzen Volleyball und so. Wir werden grad gucken ob hier in einer Kiste noch irgendwo was ist. Ich hab nur mal den Basketball rausgenommen. Ja, nimm doch gleich alle Bälle. Ja ne, du wirst ja auch was. Ich mach jetzt erstmal Basketball. So. Ach dann Volleyball. Mini Labyrinth! Fuck nochmal. Oh nein. Ne warte. Mini, Mini Labyrinth. Ich hab nichts gesagt. Entschuldigung. Aber da kommt man nicht mal rein. Warte aber was! Ah fuck. Nochmal. Nochmal. Ich schätze mal wir müssen alles machen. Jaja. Das ist eigentlich auch mal ganz nice. Hm? Mann! Warte. Da ist nichts. Ist da? Fuck. Dodgeball. Volleyball. Paperball. Bookball. Schaff ich das jetzt nicht mehr. Schaff ich das jetzt nicht mehr. Mann! Roll. Book. Fuck. Ich will es schaffen. Okay. Das war nicht richtig. Ich hoffe jetzt da gibt's deinen Ball nochmal sonst. Oh fuck. War es weg. Okay. So schnell geht das nicht nochmal. Das nochmal. Das ist ja aber kacke. Ich hab nicht grad eins hab ich falsch geworfen. Gibt das jetzt drin? Mh mh. Ja. Drei Points. Okay. Also der Basketball ist drin. Ich hatte gedacht weil da hinten ist ne Library. Dann dachte ich dass da das Buch reinkommt. Tja. Und das war aber falsch. Zumindest ist da nichts passiert. Ja. Und dann haben wir das verkackt. Die Challenge. Ja das ist doch kacke. Also es müsste doch irgend einen Punkt geben dass wir dann wieder gehen. Vielleicht vorne im Trashpoint. Ja hier steht's ja. Wenn man irgendwas falsch macht dann ist es vorbei. Echt? Ja. Hier über der Kiste sind zwei Schilder. Oh lieber. Hab die nicht gelesen. Ich will trotzdem noch was probieren. Okay. Was ist Dodgeball? Ha ich hab's ge... Ja das war doch. Ich hab Dodgeball gerade. Was? Ach Dodgeball weil da oben war. Aber ich hab doch jetzt. Ich hab den Volleyball hab ich jetzt da reingehauen. Hm. Da passiert nichts. Vielleicht ist er nicht richtig drin. Bei mir hat's ge... Na doch der ist ja da reingeploppt. Der liegt hier nicht mehr draußen rum. Ach der liegt da oben. Michi geh nochmal über den Sprinter da. Ich bin gerade beim Dodgeball. Hm. Mach ich gleich. Dann kann ich urplötzlich fliegen. Ich hol mir nur den wieder ja. Ja sehr gut. Ich sag noch gar nix. Ich konnte halt auf einmal zwei Block hoch spielen. Alter wieso schaff ich zu... Vorher hab ich's auf Anhieb geschafft. Alter Junge. Wie soll man denn den da reinkriegen? Wie soll man denn den da reinkriegen? So? Alter was denn jetzt los? Bist du da reingepackt? Na endlich. Ja, weiß ich ja. Hat das jetzt funktioniert? Nö. Ist er durchgefüllen? Der liegt hier auch nirgends mal rum. Also ich hab den hier drüber geschossen. Ich hab den auch da rein eigentlich. Hm. Okay. Dann hab ich keine Ahnung. Hey wir haben's überhaupt sowieso verkackt. Wegen dem einen Buch. Ja. Sorry. Na gut kann auch sein das muss da rein. Dann ist jetzt noch nix passiert. Ja kann sein hier war's ja auch so. Ja beim Basketball wurde's ja was angezeigt. Naja aber jetzt den Volleyball hab ich in den Volleyball gepackt. Naja ich auch beim dodgeball Ding. Was ist denn hier eigentlich? Ja da kommst du rein wenn du das alles erfüllt hast hier unten. Wisswissbutton muss das Level 1. Wisswissbutton muss das Level. Wisswissbutton muss das Level. Buttball? Pencil. Letz. Na Pencil muss bestimmt in das Ding ins. So der Mini, der Golfball kommt in Mini Golf. Meinst du den, den Pencil. In dem Pencil, da ist das schwarze Teil dahin. Ja ja. Spitze. Einen Golfball habe ich jetzt auch da rein getan. Was haben wir denn noch? Wir haben Paperball. Electric circuit kommt vorne hin. Buttball? Ich hoffe es passt. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Buttball. Also Electric circuit war hier vorne. Paperball? Was ist das? Die Frage ist wie kriege ich das da hin? Na so. Was ist ein Paperball? Und hier kamen wir. Echt? Gab es denn hier noch? Ja ja. Hier ist der Volleyball. Warte mal. Hier vorne war doch glaube ich noch was, oder? Ja das war Dutchball. Ja das war Dutchball. Achso ne da. Da war Mini Golf. Achso Mini Golf habe ich schon gemacht. Achso. Ja da oben habe ich Dutchball gemacht und Basketball. Aber wo ist Paperball? Wir sind auch noch Leute. Obwohl. Oh stimmt. Ja da kommen wir müssen dann vielleicht hochklettern wenn wir da reinkommen. Ja. Hm. Was ist hier noch was? Okay in den Kisten war nichts mehr oder? Nein nein nein. Da habe ich alle durchgeguckt. Achso. Hier ist ein Mini Library. Auch das jetzt reingetan oder? Na da habe ich das Buch reingetan. Weil ich dachte Buch und Library passt ja irgendwie. Okay aber Paperball. Check ich jetzt gar nicht. Oder ein Bucket. Und vielleicht hier in den Fett. Trash. Trashcan. Wahrscheinlich Papierball. Und das andere ist Buttball. Das ist Buttball. Not used. Okay jetzt habe ich das auch rein. Es ist nur noch der Buttball. Soll ich hier einfach da reinhauen mit? Hm. Was ist Buttball? Weiß ich nicht. Aber wir haben nichts wo wir einen Buttball brauchen. Oder? Da steht ja not used. Glaub ich das ist da ja eben. Ja. Wir müssen da rein. Tja. Und jetzt? Warte mal was wäre denn. Wenn wir jetzt rein theoretisch hier reinkämen. Rein theoretisch. Wo ist das Button? Wo ist das? Da passiert ja gar nicht. Okay. Wir kämen aber auch nicht von hier drinnen da hoch. Was reicht. Also wir kämen gar nicht hier an die Leiter. Auch von hier nicht. Wo sind denn dann die Leiter hin? Da hin. Hier hin. Huch. Okay. Dann kämen wir hier oben hin. Aha. Okay entweder ist es verpackt oder keine Ahnung. Oder wir haben Kackhammer. Oder so. Nimm mal hier ist was. Huch. Wo ist was? Nice. Huch. Was? Dann machen wir es halt einfach. Unten waren ja auch noch Türen. Warte mal. Hier ist das Level Key. Oh. Da müssen wahrscheinlich die Türen unten irgendwie Warte mal, da will ich ja mal gucken, wohin die Türen uns führen Ja eben, mal ein paar Türen nämlich Oh shit Müssen ja die Die machen eigentlich gar keinen Sinn Ne, die führen uns nirgends hin Achso, ja okay Ja, dann ist es ja erledigt An sich ist die Idee echt cool, mal sowas anderes zu machen, aber Umsetzungstechnisch Und dass ich mich frage, wieso sind hier zwischendrin mal so andere Blöcke So da, da sind Blöcke Ja, das weiß ich auch nicht Na gut, dann, wie kommen wir aber hier raus? Ja, dort oben Was? Dort oben war doch der Level-Key Achso, da war auch Achso, okay Also ich fliege jetzt mal hier über den Sprung drüber Wenn ich das jetzt nicht so Dann Level-Key Und dann hat der nette Mensch wieder vergessen, eine Druckplatte hinzusetzen Alter Junge, ist der verwirrt Also Oh, da sind ja die Türen Zum Anfang gehen Durch die Tür Nee Stimmt, wir wurden ja teleportiert Wir gucken, wo wir uns jetzt gespawnen Da sind wir doch hier Hoch Hoch, was ist jetzt los? Soll ich mich auch kill? Ja klar Dann gehen wir halt hier rechts durch das Labyrinth Boah, ich bin am spawnen Okay Alles klar Warte, wir müssen wieder da hinten Jo, zur Blume Ich bin damals noch 22,16 Ja Müssen wir hier hin Mal gucken, was da jetzt ist Das jetzt, die letzten waren jetzt echt nicht so toll Nee, stimmt Ach du Heilige Ach du Heilige Warte, das muss ich erstmal aufbauen Ja, bei mir auch gerade PS, don't hit the Crystals Ah, Crystal hitten Bitte sag, wir spawnen da Nein Juhu Boah, Junge Warte, da war das Ich gehe da noch mal hin und mache einen Spawnpunkt Naja, ich kann jetzt Hast du mich geholfen Links? Ja Okay Warte kurz Oh, ich muss kurz meinen Nacken Nacken entspannen So, wo ist es denn Slash Spawnpoint Ich hasse so Challenges, wo man dann So runter Blum Oh Blumst Wieso? Ja, wo du so Ewigkeiten stirbst Kannst ja Kill machen Ja, ich finde es trotzdem ätzend Ja gut Oh fuck Ey, du stehst bei mir die ganze Zeit am Spawn Ja, weil ich immer spawn nehme, wenn du spawnst Na ja, hast du ein paar Sprünge nicht schaffen Wenn ich halt klein gebe, dann lag es bei mir am Anfang immer extrem Echt Echt? Echt? Oh, das ist nicht so War mir früher auch immer so im Internet Ach Gott, nein, jetzt habe ich meinen Spawnpoint versetzt Oh shit Wolltet ihr wiederbeleben? Ups Das ist jetzt sauernd aus der Welt raus Naja, warte, geh du mal an den Anfang Ich bin jetzt nicht mehr am Anfang Ich bin schon etwas weiter, aber ich stehe auf dem Blog Dann Slash B, P, P U, B Hey, ich habe das doch reingegeben, Mann Loll Du bist gerade hier gestorben bei mir Ganz vorne, ich habe immer wieder dort Das ist jetzt kacke Jetzt bist du doch da Loll Warte, jetzt muss mal in den Game Mode gehen Können wir jetzt dann die Aufnahme beenden? Können wir machen Aber ich muss pissen Mann, ihr sind doch das Oma-Misch Gut, dann sage ich, äh, ich will da auf uns zuschauen Wir sehen uns in der nächsten Folge von das Playman-Craft-Untertitel Das ist mit Patty Und vielleicht mit draußen nicht Bis dann, tschüss Mann, was ist denn das?